Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Blackout-Reports. In der heutigen Folge keine eigenen Inhalte, sondern ein, wie ich finde, sehr, sehr spannender Vortrag von Carlos A. Gebauer, seines Zeichens Rechtsanwalt und Publizist. Ich habe ihn kennengelernt im letzten Sommer auf der Mitgliederversammlung der Atlas-Initiative. Dort habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema Blackout-Gefahr, den ich auch hier oben verlinke. Und er hat nach mir einen Vortrag gehalten, unser Grundgesetz nach Scheitern von Great Reset und Agenda 2030. Alleine das ist schon sehr spannend, aber im ersten Drittel seines Vortrages bis ungefähr Minute 22 zeigt er auf, wie Imperien sich entwickelt haben und gescheitert sind. Im zweiten Drittel seines Vortrages geht er explizit auf den Great Reset ein. Und im dritten Teil seines Vortrags macht er dann einen Vorschlag für ein Grundgesetz, was die Grundlage für ein neues Staatswesen sein könnte. Ich kann wirklich nur empfehlen, sich das Ganze von Anfang bis Ende anzuschauen. Es macht reines Vergnügen, wie er die Dinge sieht. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank der Atlas-Initiative und allen Verantwortlichen für die Einladung heute hier sprechen zu dürfen. Das hat mich sehr gefreut. Sie können sich vorstellen, wenn Sie über ein Thema sprechen oder über einen Themenkreis reden dürfen, der Sie schon länger beschäftigt, dann ist das immer von einer gewissen Befriedigung, weil man auf diese Weise die Chance hat, seine eigenen Gedanken mit freundlichen Menschen teilen zu können. In diesem Sinne ein paar Worte also zu mir, zu diesem Büchlein Grundgesetz 2030. Gerade in dem Vortrag haben Sie ja schon gehört, das Jahr 2030 scheint irgendwie in der Generalplanung unserer Welt so eine Schnittstelle zu sein. Bis 2030 sollen alle möglichen Dinge passieren. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Der eine oder andere hat sich von Ihnen vielleicht schon damit beschäftigt. Vorab, damit Ihre Aufmerksamkeit sozusagen ungeteilt dort ist, wo ich rede, das, was an die Tafel geworfen ist, bleibt dort die ganze Zeit stehen. Und wir schauen es gleich gemeinsam an. Sie brauchen also nicht zu lesen. Lassen Sie es ruhig stehen. Ich muss die Präsentation noch starten. Entschuldigen Sie bitte. Okay. Das ist die Lieblingsszene für alle, die das dann bei YouTube später betrachten können. Da hat er den Faden verloren. Was veranlasst einen Juristen überhaupt eine Verfassung zu schreiben? Das, was wir hier gerade gehört haben über Stromversorgungsprobleme, ist in der Tat nicht der einzige Bereich in unserer Bundesrepublik Deutschland oder in Europa, bei dem man, wenn man sich ein bisschen mit wachen Sinnen, mit unserer Gegenwart beschäftigt, zu der Frage kommen kann, was passiert hier eigentlich? Unser Freund Roland Bader hat ja vor vielen Jahren immer schon geschrieben, das, was ihr vorausgefressen habt, werdet ihr nachhungern müssen in der ihm üblichen robusten Sprache. Und das war auf volkswirtschaftliche, ökonomische Themen bezogen. In der Energiepolitik passiert etwas strukturell Gleiches. Ich komme gleich darauf. Also kurz, was hat mich überhaupt bewogen, dieses Büchlein da zu schreiben? Vielleicht noch kurz anknüpfend auch an meinen Vorredner, weil es gerade angeklungen war. Die Politik bereitet sich nicht vor, war einer der Vorwürfe. Vielleicht bereitet die Politik sich vor und wir sehen es nur nicht oder wir können es nur betrachten, wenn wir etwas subkutan eindringen. Deswegen ist Ihnen beispielsweise das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz von Instituten und Finanzgruppen bekannt, das SAG. Da ist mal ebenso schon geklärt, wie Banken dann nicht mehr Geld ausbezahlen müssen und wie interessanterweise auch die Beamten, die mit dieser Organisation im Vorfeld beschäftigt sind, strafrechtlich daran gehindert werden, über die Dinge zu reden, die sie dort erfahren. Oder ein sehr schönes Gesetz, auch seit einigen Jahren schon das Versicherungsaufsichtsgesetz, das uns alle verpflichtet, unsere Versicherungsbeiträge auch dann weiter zu bezahlen, wenn die Versicherungsgesellschaften eigentlich schon insolvent sind, aber Insolvenz nur deswegen nicht anmelden müssen, weil sie das Privileg genießen, unsere Versicherungsleistungen nicht auszahlen zu müssen. Also es scheint, wenn man diese Gesetze liest, ein bisschen so zu sein, als habe jemand eine Vorstellung davon, dass da ein Problem auf uns zurollt. Und dieses Problem hat ausnahmsweise mal nichts mit der Sonne zu tun, wie wir das gerade im Vortrag an der Tafel gesehen haben, sondern da geht es um schlicht menschliches Versagen bei unserem Geldsystem. Ich will, bevor wir in mein Grundgesetz schauen, mal einen kurzen Blick zurück in die Geschichte werfen mit Ihnen und die Frage erörteren, wie sind eigentlich in der Vergangenheit in unserer Spezies gesellschaftliche Strukturen zusammengebrochen, wie ist das immer abgelaufen und warum hören wir aus der Vergangenheit, wenn wir sie betrachten, dass es da Krisen gab, Hungersnöte und Mord und Totschlag. Für den Historiker ist ja der Blick zurück, sozusagen das, was für den Physiker das Experiment ist oder das Labor. Das kann man nicht einfach mal so nachstellen, sondern da guckt man dann zurück in die alten Bücher und schaut, was ist da passiert. Das will ich mit Ihnen in sozusagen dem ersten größeren Teil meines heutigen Vortrages tun, Ihnen mal eine Vorstellung davon geben, was in der Vergangenheit so passiert ist. Und als Obersatz vielleicht eine kurze, berühmte Sequenz aus dem Alten Testament, Kohelet 1, 9. Was geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Warum nicht? Erstens, warum ist eigentlich der antike Stadtstaat von Sparta untergegangen? Wir reden immer so gerne von Menschen, die in spartanischen Verhältnissen leben, die da so etwas materiell beengt sind. Sparta war der Idealstaat der Gleichen, der Soldaten, der gut durchtrainierten und staatlich bestens organisierten Soldaten und Kämpfer, die spartanisch gelebt haben, aber alle gleich waren. Und 371 vor Christus ist dieser Musterstaat aus Gleichen untergegangen. Warum? Weil er vorher eine Landreform durchgeführt hat, weil er einen Geldverkehr eingeschränkt hat und seine Bewohner von einer rücksichtslosen Geheimpolizei lückenlos bespitzeln ließ. Sparta ist untergegangen. Kurze diagnostische Betrachtung. Zweites von insgesamt zwölf Beispielen. Rom, 476 nach Christus. Untergegangen warum? Max Weber sagt wesentlich, mit guter Begründung, weil die Landwirtschaft zusammengebrochen ist. Ein anderer, ein Engländer, hat ein Buch geschrieben, The Collapse of Complex Societies, Joseph Tainter, weil die gewöhnliche Ressourcen- und Energieversorgung zusammenbrach. Kommt uns bekannt vor. Weil die Transportkosten stiegen, weil steigende Militärausgaben die Steuererhebung radikalisierten. Wahrscheinlich haben die so Sonderhaushalte aufgelegt. Und weil nach dem Kaiser Diokletian 301 nach Christus die Inflation durch Münzverschlechterung so aus den Fugen geraten war, dass man sich mit sogenannten Höchstpreisedikten zu helfen versucht hat. Also so Mietendeckel oder sowas ähnliches. Die Verfolgung der christlichen Minderheit wuchs sich zu radikalen Exzessen aus. Die Leute waren alle nicht nett zueinander, sondern radikalisierten sich. Ich komme zu meinem dritten Beispiel. Byzanz, 1453 untergegangen, nach drei Bürgerkriegen wirtschaftlich kollabiert. Staatseinnahmen flossen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in die Hauptstadt, zur irgendwie mehr oder minder vernünftigen Versorgung des eigenen politischen Bereiches, sondern interessanterweise nach Genua in eine Zentrale, die dann aus der Ferne sich darum kümmerte, dass alles gut geht. Byzanz geht unter 1453 in fürchterlichen, blutigen Schlachten. Mein viertes Beispiel. Ein sehr lebendiges Beispiel aus den USA. Ein Mann, der meist nicht bekannt ist. James Oglethorpe. Schöner Name, kompliziert. Noch vor der förmlichen Gründung der USA scheiterte dieser Brite daran, die entstehende Gemeinde Georgia zu organisieren. Ab 1733 hat sich James Oglethorpe 20 Jahre fast damit beschäftigt, aus Georgia einen Musterstaat zu machen. Oglethorpe war erklärtermaßen nach seiner Einschätzung Humanist und im Übrigen auch Chef des größten britischen Sklavenhändlers. Folgte die sozialreformerische Idee, arbeitsfähige Schuldner aus britischen Schuldengefängnissen herauszuholen, weil er gesagt hat, das ist ja eigentlich Verschwendung. Wenn jemand arbeitsfähig ist und nur, weil er mit Geld nicht umgehen kann, im Schuldturm sitzt, dann sollten wir ihn da rausholen. Außerdem waren gerade relativ viele Protestanten unterwegs auf der Welt, auf der Flucht. Die wollte er alle in Georgia ansiedeln, hat er dann auch getan. Wehrfähige Einwanderer bekamen Land im neuen Musterstaat Georgia, um das Land für die britische Krone zu verteidigen, gegen Spanier und Franzosen, die sich da in der Gegend auch herumtrieben. Und dann kam er auf die Idee, dass er gesagt hat, Georgia ist klimatisch so großartig aufgestellt, das kann man planerisch fantastisch ausnützen. Und zwar können wir in Georgia anbauen, Seide, Hanf, Wein, Olivenöl und Gewürze. Und das macht den britischen Mutterstaat unabhängig von Importen aus dem Orient. Großartige Idee. Zur Neuordnung und Absicherung verbot er erstens Sklavenhaltung in Georgia, zweitens den Rum und drittens die Katholiken. Auf die Weise sollte Georgia gedeihen und groß werden. Und dann hat er noch Wahlen in Georgia verboten, damit es zu keinen Störungen kommt. Es ist ihm nicht gelungen, mehr als maximal 6.000 Leute dort anzusiedeln. Als alles auf 500 geschrumpft war, ist er nach England zurückgekehrt. Und Ende des 18. Jahrhunderts, also 60, 70 Jahre später, war Georgia dann ohne James Oglethorpe zu einer immerhin stattlichen Größe von 160.000 Leuten wieder induktiv angewachsen. Die haben sich dann wieder organisiert. Ein schönes Beispiel dafür, dass man vielleicht doch nicht hingehen sollte und zu sehr von oben herab plant. Ich komme gleich in weiteren Beispielen dazu. Fünftens Beispiel, trotz des konstruktivistischen Scheiterns von Oglethorpe haben auch die Protagonisten der französischen Revolution 1789, wie Sie alle aus der Schule wissen, keine anderen als genau diese Fehler gemacht. Mich faszinierte immer ganz besonders, vielleicht wissen Sie es, man wollte als französischer Revolutionär so rational sein, dass man gleich den Kalender abgeschafft hat, weil er zu christlich war, und die Uhren auch abgeschafft hat, weil das Unsinn ist, dass ein Tag 24 Stunden hat, ein Tag soll 10 Stunden haben, ah je 100 Minuten, ah je 100 Sekunden. Und alle Monate sind umbenannt worden. Und das Ganze ist natürlich auch in einem solchen Chaos geendet, dass man sich irgendwann stillschweigend wieder eines Besseren besonnen hat und in unseren heute noch immer vertrauten Kalender zurückgekehrt ist. Ähnliches, was 1789 fortfolgende in ganz Frankreich passiert ist, ist 100 Jahre später in Paris passiert. Haben Sie vielleicht schon gehört, ich meine, welcher normal arbeitende Mensch kümmert sich um diese geschichtlichen Ereignisse, aber es ist immer wieder spannend, das anzuschauen. 1870, 1871 gab es in Paris das sogenannte Experiment der Pariser Kommune. Pariser Kommune, Versuch sozialreformerischen und reformierten humanistischen Staat zu gestalten, dort gab es, man höre und staune, ein Dekret über den Erlass rückständiger Mieten, das Dekret über Arbeitszeitverkürzung, das Verbot von Zeitungen und den modellhaften Plan herausragend Paris zu verwalten. Der deutsche Historiker Wilhelm Onken, heißt er, wird 1890 mit der rückblickenden Feststellung zitiert, mit Pressefreiheit ist überhaupt keine Regierung möglich. Einer meiner Lieblingssätze in dem ganzen Zusammenhang. Die Pariser Kommunarden sind nicht dazu gekommen, was sie geplant hatten, die Banque de France zu verstaatlichen. Es blieb dabei, dass Frauen ein Recht auf Arbeit bekamen und auch interessanterweise ein Recht auf gleichen Lohn durchgesetzt haben. Am 28. Mai 1871 ist die Kommune kollabiert in gigantischen Blutbädern nach einem gescheiterten Gefangenenaustausch. Ich komme zu meiner siebten empirischen Betrachtung. Zu meiner siebten empirischen Betrachtung über das Scheitern der französischen Revolution hinaus ist auch die russische Revolution bekanntermaßen übel gescheitert vom Oktober 1917. Und ich darf Ihnen allen empfehlen, wenn Sie Ihre Laune deutlich mal ein paar Grad herabsetzen wollen, sich einen kleinen Roman zu besorgen von einem Mann, der heißt Anatoli Marienhof. Und dieser kurze Roman heißt einfach nur Zyniker. Und ich habe ihn 1991 gelesen und habe, ich weiß es noch wie heute, vor 31 Jahren gedacht, Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Gott sei Dank, so etwas gibt es ja gar nicht mehr. Anatoli Marienhof berichtet dort, wie sich die russische Revolution auf seine Stellung als russischer Intellektueller aus dem alten Zarenreich auswirkt. Und es geht ganz langsam los, dass er berichtet, dass die Laternen ausgehen in den Moskauer Vorstädten. Und dann fahren die Straßenbahnen nur noch in der Innenstadt und nicht mehr in die Außenbezirke. Und so sitzt er dann da und eins kommt zum anderen. Und über die Jahre 1917 bis 1928 berichtet er, was alles passiert, bis hin zu den Berichten über Kannibalismus. Und gleichzeitig liest er immer in der Zeitung, welche fantastischen Rekordernten die verstaatlichten Landwirtschaftsbetriebe einfahren und die Traktoristen. Und leider kommt der Weizen nur nicht in Moskau an, weil es an irgendeiner Weiche zu Sabotage gekommen ist. Sehr, 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 sehr lesenswertes Kapitel. Der Roman war abgeschlossen, bevor der ukrainische Holodomor losging, von dem Sie vielleicht in den letzten Tagen auch gelesen haben. Der ist inzwischen in der Presse aufgetaucht. Da hat man von Russland aus Ukraine einfach die Lebensmittelversorgung gekappt. Und da sind sechs bis sieben Millionen Menschen verhungert in der Ukraine. Und 1935 gibt es den berühmten ungarischen Autor Arthur Köstler, von dem ich Ihnen ein Zitat mitgebracht habe, das Ihnen vielleicht auch aus heutiger Sicht bekannt vorkommt. Das Zitlat lautet wie folgt. Er war in Tscharkow in der Ukraine. Unter meinem Fenster in Tscharkow zogen jeden Tag Leichenbegängnisse vorbei. Kein einziges Wort über die örtliche Hungersnot, über Epidemien, das Aussterben ganzer Dörfer. Man bekam ein Gefühl traumhafter Unwirklichkeit. Die Zeitungen schienen von einem ganz anderen Land zu sprechen, das keinerlei Berührungspunkte mit dem täglichen Leben, das wir führten, hatte. Und ebenso verhielt es sich mit dem Rundfunk. Zitat Ende. Das war Arthur Köstler in der Ukraine 1935. Ich brauche Ihnen mein achtes Beispiel hier in diesem Kreis auch nicht weiter auszuführen. Das kennen wir alle, wir Deutschen. Diese Wirtschaftslenkung und Planung, wie sie die nationalen Sozialisten von 1933 bis 1945 in diesem Lande durchgeführt haben, hat natürlich auch zu Millionen von Toten geführt. All das ist kein Zufall gewesen. Public-Private Partnership wurde nur von dieser Regierung so nicht genannt. Das Wort war nicht deutsch genug. Dann komme ich zu meinem neunten Beispiel. Viel selten zitiert in der öffentlichen Debatte der große Sprung nach vorne von China in den Jahren 1958 bis 1963. Sie alle wissen, Marx hat in aller Kürze gesagt die Theorie aufgestellt, dass sich eine gute kommunistische Gesellschaft aus dem Kapitalismus entwickelt. Und weil Lenin feststellte, dass man insbesondere dem industrialisierten kapitalistischen Deutschland zu viele reaktionäre Kräfte hatte, die verhinderten, dass sich in den 20er Jahren schon eine gute kommunistische Gesellschaft entwickelte, ist der Blick auf Russland gefallen, um dort kommunistische Strukturen zu etablieren. Und das wussten auch die Chinesen. Und die Chinesen haben gelernt aus dem Scheitern der Russen, weil die Russen versucht haben, den Kapitalismus zu überspringen, die Industrialisierung und sofort aus einer ländlichen in eine kommunistische Gesellschaft überzugehen. Die Chinesen wussten 1958, das hat nicht funktioniert. Wir müssen das anders machen. Wir müssen unsere ländliche chinesische Struktur zunächst in eine industrialisierte Struktur überführen und dann von dort in den Kommunismus. Und um nicht so lange warten zu müssen, wurde dann ein Fünfjahresplan ausgerufen, der große Sprung nach vorne. China soll ein größerer Stahlproduzent werden, als es Großbritannien war im Jahre 1958. Auch das ist krachend gescheitert. Die Idee, die sich übrigens anschließt an die Anti-Rechts-Bewegung der chinesischen kommunistischen Partei, hat den großen Sprung vor die Wand gefahren. Es sind ungefähr 38 Millionen Menschen verhungert, weil man ihnen verboten hat, landwirtschaftliche Produkte anzufertigen und zu züchten und gedeihen zu lassen. Man hat ihnen gesagt, ihr müsst Stahl produzieren. Wer einen Nagel versteckt, der versteckt einen Konterrevolutionär. Noch heute spricht man in China nicht vom großen Sprung nach vorne und von diesen ganzen Massensterben, sondern man nennt es heute die dreijährige Schwierigkeitsperiode, weil man 1961 das Ganze abbrechen musste, als zu viele Menschen tot waren. Bis 1981 hieß es die dreijährige Naturkatastrophe. Die chinesische Historikerin Jung Chang berichtet in einem sehr umfänglichen Werk, das ich bestens empfehlen kann, Mao, über Mao, dass Mao zu diesem Zeitpunkt eine Politik vertreten hat, die er Haltet die Leute dumm Politik nannte. Also stellt nicht zu viele Fragen, debattiert nicht mit ihnen. Niemand hat die Absicht, einen Blackout zu provozieren. Hauptsache, die Presse ist nicht frei. Dann gibt es auch eine gute Regierung. Mein zehntes Beispiel. Ab April 1975 haben Sie gehört von Pol Pot, was er in Kambodscha gemacht hat. Pol Pot hat auch in Kambodscha versucht, eine kommunistische Mustergesellschaft zu errichten. Er hat die dortige Bevölkerung gedreiteilt in Vollberechtigte, in Kandidaten für eine volle Berechtigung und in Deponierte, das heißt Vertriebene, die er dann irgendwo hingeschickt hat. Das demokratische Kambodscha, wie das hieß, brach 1978 schon unter Hungersnöten und Massenmorden in den Killing Fields zusammen. Und dem absolut leicht behandelten Bruder Nummer 1 half es nicht, dass der beliebte Londoner Hochschullehrer James Caldwell die Deportationen in Kambodscha befürwortete, da sie, wie er sagte, im Vergleich zu Exekutionen doch ein milderes Mittel darstellten. Mein elftes Beispiel, auch nur kurz, es rückt immer näher an uns heran, Robert Mugabe hat Zimbabwe zerstört in den Jahren nach 2000, wodurch? Durch Landumverteilungspolitik, durch Treibstoffknappheit, durch Hyperinflation, durch Arbeitslosigkeit und natürlich durch Hunger. Und das zwölfte Beispiel ebenso knapp, Venezuela. Die Politik betrieb exzessive Umverteilung von Vermögen innerhalb einer stark gespaltenen Gesellschaft. zwischen 2015 und 2019 ging die Ölproduktion von Venezuela um zwei Drittel zurück. In Venezuela muss man wahrscheinlich nur den Finger in den Boden stecken und findet Öl. Aber trotzdem ist es geschafft worden, zu verhindern, dass dieses Ölexport aus dem Boden geholt wird. Die Währung ist zerstört und heute sind 95 Prozent der Bevölkerung definitorisch arm. Dass das Ganze an Kuba erinnert und an Dutzende andere Beispiele, lasse ich an dieser Stelle weg. Dieser kurze Gang durch die sozusagen Empirie der Wahnsinnsgeschichte, politischen Missbrauchs und politischen Versagens kommt sozusagen als Auftakt, um mal den Blick auf unsere aktuelle Lage zu werfen. Was gibt eigentlich Veranlassung, sich das anzuschauen? Ich glaube, wenn man heute auf unsere suprastaatliche Politik schaut, die da so betrieben wird, dann, das ist mir auch bei der Vorbereitung auf den heutigen Tage sehr viel schmerzhafter bewusst geworden, als ich das angenommen hatte, als ich angefangen habe, das vorzubereiten, ein Blick darauf führt zu der Erkenntnis, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, 17 Sustainable Development Goals, wie sie liebevoll genannt werden, SDGs, mit allen ihren Fortentwicklungen letztlich eine Essenz aus diesem ganzen planerischen und zentralistischen Ordnungs- und Realisierungswahn der gesamten Empirie zuvor sind. Wir befinden uns in einer sehr, sehr, sehr eigenartigen weltpolitischen und auch hier nationalpolitischen Situation. Ich prognostiziere, dass niemand in der Lage sein wird, diesen machtvoll von einer riesengroßen Koalition vorgetragenen Umbauversuch noch stoppen zu können. Wir sehen nicht nur den Great Reset, wir sehen die Transformation der Welt, die Agenda 2030, die Dekarbonisierung der Welt bis 2050 mit den immer weiter verkürzten Ausstiegsszenarien, wie eben gehört. Das ist alles schon sehr, sehr beeindruckend. Wenn Sie im Internet ein bisschen surfen, gibt es Leute, die sich darüber sehr ausführlich verhalten haben. 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in der Essenz die Kasuistik aus der Empirie. Ich nenne Ihnen kurz diese 17 Ziele. Erstens, wir beenden die Armut. Zweitens, wir beenden den Hunger. Drittens, Gesundheit für alle. Viertens, Bildung für alle. Fünftens, Geschlechtergleichstellung. Sechstens, Wasser für alle. Siebtens, besonders schön bezahlbare und verlässliche Energie für alle. Kurzer Einschnitt nach sieben Sustainable Development Goals fällt Ihnen auf, dass das, wie ich das nenne, negationsresistente Zielbeschreibungen sind. Negationsresistente Zielbeschreibungen. Wenn man sagt, ich beende den Hunger, übrigens gibt es in Amerika schon seit Jahrzehnten den Kampf gegen den, Krieg gegen den Hunger heißt das da, wenn man gegen die Armut, gegen den Hunger und für die Gesundheit Politik macht, jeder, der aufsteht und sagt, ich habe Zweifel oder darf ich Bedenken anmelden oder darf ich nach einer Plausibilisierung fragen, steht sofort in der falschen Ecke, weil ihm vorgehalten wird, du bist für Armut, du bist für Hunger, du bist gegen Gesundheit. Das ist eine Beendigung des demokratischen Diskurses, denke ich. Das kann man nicht als zu gefährlich betrachten oder die Gefahr kann man nicht falsch einschätzen. Das achte Ziel dieser 17 Ziele heißt menschenwürdige Vollbeschäftigung und das neunte ist resiliente, innovative Industrie. Innovative Industrie. Wenn Sie googeln, zu dem Thema vorhin, was die Stromausfälle und Blackouts angeht, vielleicht kennen Sie die First Movers Coalition, die sich gerade zusammengetan hat, diejenigen unter Ihnen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, die First Movers Coalition ist in Regie von US-Präsident Biden gerade damit beschäftigt, klimaneutral die gesamte Energieversorgung der Welt neu darzustellen und Bösezungen behaupten, Blackouts würden provoziert, um Kunden für die neuen Technologien zu produzieren. Sowas würde ich natürlich niemals denken, weil ich mir so etwas überhaupt nicht vorstellen kann. Ich zitiere Clara Zetkin, eine berühmte Kommunistin, aus einer Rede, die sie in Berlin am 30. August 1932 gehalten hat. Eine Planwirtschaft auf dem Boden des Kapitalismus ist ein Widerspruch in sich. Die Versuche dazu werden immer wieder vereitelt durch das Privateigentum an den Produktionsmitteln. Planmäßigkeit des Wirtschaftens ist nur möglich bei der Aufhebung des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Der Weg zur Überwindung wirtschaftlicher Krisen und aller drohenden imperialistischen Kriegsgefahren ist einzig und allein die proletarische Revolution, die das Privateigentum an den Produktionsmitteln abschafft und damit die Planmäßigkeit des Wirtschaftens verbirgt. Zitat Ende. Ich lese das immer wieder mit großer Begeisterung, diese Sätze, die heute 90 Jahre alt sind. Es spricht daraus eine Regulierungseuphorie, eine sozusagen eine Administrationsappetenz und eine Euphorie der staatlichen Steuerung, wie man sie wohl bis heute auch noch in manchen Politikerköpfen findet, wenn nicht noch gesteigert. Zehntens wollen die Sustainable Development Goals gleiche Lebensverhältnisse überall auf der Welt herstellen. Wie stellt man gleiche Lebensverhältnisse überall auf der Welt her? Indem man sehr genau guckt, wer hat was, wer hat mehr, wer hat weniger und dann sorgt man dafür, dass es gleiche Lebensverhältnisse gibt. Jeremy Bentham hat mal ein optimales Gefängnis ersonnen. Haben Sie vielleicht gehört, das Panoptikum. Da sind alle Zellen im Halbkreis um einen Wachturm gebaut worden und der Wächter hat immer in seinem Turm gestanden und hat in jede Zelle reingucken können, ohne dass die beobachteten Zelleninsassen wussten, ob sie jetzt gerade beobachtet werden oder nicht. Aber mindestens hatte der Wärter in diesem Gefängnis immer die Chance zu gucken, was treiben die in ihrer Zelle. Und der berühmte Michel Foucault hat das als französischer Philosoph in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts als das Panoptikum auch der staatsbürgerlichen Steuerung bezeichnet, um es mal so zu nennen. Jeder, der sich beobachtet fühlt, verhält sich anders. Und wenn Sie alle, Markus Krall hat hier gerade ein Handy hochgehalten, wenn Sie ja den Eindruck haben, dass wir beobachtet oder abgehört werden, dann reden wir anders. Und das ist Bentham in seinem Panoptikum. Denken Sie mal drüber nach. Das ist alles sehr, sehr faszinierend. Inklusive und sichere Städte ist nicht vielleicht zufällig. Das nächste Ziel, Sustainable Development Goals, zwölf nachhaltige Produktionsweise, 13 Klimawandel sofort stoppen, 14 Ozeane bewahren, 15 biologische Vielfalt der Landökosysteme schützen, 16 Zugang zu Recht und Gerechtigkeit für alle und 17 globale Partnerschaft unter allen. Fassen Sie sich bitte alle an den Himmel. Supranationale Politik ist etwas brandgefährliches, weil supranationale Politik dazu führt, dass die Akteure nicht mehr von der Basis der Regierten kontrolliert und gecheckt werden können. Und sie entheben sich sozusagen, sie machen sich dazu zu Heiligen, zu Engeln, zu aufsteigenden Seelen, zu Göttern über die anderen, weil sie nicht mehr abgewählt werden können. Wenn ich ab und zu bei YouTube Videos sehe, wie Theresa May sich mit Jean-Claude Juncker trifft und die beiden besprechen ganz wichtig Dinge, dann stelle ich fest, beide gibt es nicht mehr, aber das System rollt weiter. Wir können es nicht aufhalten. Wir können es nicht aufhalten. Wir haben im Moment Juno 2022 die Halbzeit der Agenda 2030 und natürlich ist dieser Plan gerade dabei hochtrabend, dieser hochtrabende Plan gerade dabei zu scheitern. Im Länderbericht der Schweiz 2022 habe ich beim Schweizer Bundesrat gefunden, Zitat, 2022 ist die Halbzeit zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung nahezu erreicht. Weltweit konnten in dieser Zeit wichtige Fortschritte erzielt werden, die die Weltgemeinschaft den 17 SDGs näherbringt. Diese reichen jedoch nicht aus, um die Ziele bis 2030 zu erreichen. Mit Blick auf die acht verbleibenden Jahre wird deutlich, dass die Ziele nur durch ein entschlossenes Handeln in der gesamten Gesellschaft zu erreichen sein werden, durch ein entschlossenes Handeln. Ich habe einen Satz von Lenin mitgebracht aus dem Jahre 1921, wo er sagt, der Bauer muss ein wenig Hunger leiden, um dadurch die Fabriken und die Städte vor dem Verhungern zu bewahren. Im gesamtstaatlichen Maßstab ist das eine durchaus verständliche Sache, dass sie aber der zersplittert lebende, verarmte Landwirt begreift. Darauf rechnen wir nicht. Und wir wissen, dass man hier ohne Zwang nicht auskommen wird, ohne Zwang, auf den die verelendete Bauernschaft sehr heftig reagiert. Zitat Ende. Man muss die Leute zu ihrem Glück zwingen, damit alle zu essen haben, damit alle gleiche Lebensverhältnisse haben und damit wir den Klimawandel sofort stoppen, weil die Menschen das sonst nicht begreifen. Haltet die Leute dumm. Der Europäer muss ein wenig unter Stromausfällen leiden, um dadurch im gesamtstaatlichen Maßstab das Gemeinwesen zu retten. Muss er also Zwang erfahren, um zum Guten genötigt zu werden. Ich habe übrigens gefunden, apropos diese Impfungen, die uns die letzte Zeit alle so beschäftigt haben, wussten Sie, dass es so etwas wie die STIKO auch schon 1524 in Zürich gab? 1524 haben die Züricher am 11. August ein Edikt erlassen und haben, um das Problem der Wiedertäufer aus dem Weg zu schaffen, angeordnet, dass alle Säuglinge sofort getauft werden mussten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich weiß nicht, warum ich drauf gekommen bin. Auch diese Transformation wird wieder, wie alle historischen Beispiele, in einem gigantischen und fatalen Chaos enden. Und diesmal haben sich global aber so mächtige und einflussreichende Mitwirkende zusammengeschlossen, dass das Chaos weitaus größer sein wird als je zuvor. Und ich bin froh, dass ich im Anschluss an diesen schönen Stromvortrag sprechen darf, weil nämlich genau hier auch die Parallele ist. Wenn nur das Münsterland keinen Strom hat, aber ringsherum die Infrastruktur noch steht, dann geht es in Münster eine Zeit lang schlecht, aber dann kann man helfen von außen. Wenn eine Hungersnot in Venezuela ist oder in Nordkorea oder in Kuba oder wo immer, dann kann immer von draußen ein Care-Paket reingeflogen und abgeworfen werden. Aber was ist, wenn die ganze Welt stillsteht? Was ist, wenn im globalen Maßstab Strukturen zerstört werden? Was ist zu tun? Ich glaube klugerweise jedenfalls nichts, was sich dem entgegenstellt. Der Widerstand ist zwecklos, weil es sich nur selber zerstören. Das Einzige, was wir tun können, ist abwarten und uns selber individuell und in dezentralen Gruppen darauf vorbereiten. Wie heißt es so schön? Nichts Neues unter der Sonne. Ich habe übrigens mit Freunden die Frage erörtert, ob es diesmal schneller gehen wird nach dem Zusammenbruch, die Gesellschaft wieder zu reorganisieren als 1945. Und da kollidieren so zwei Gedanken miteinander. Der eine Gedanke ist, wenn so ein Stromnetz halbwegs wieder funktioniert, funktioniert auch ein Kommunikationsnetz wieder. Und dann kann man sehr, sehr schnell über weite Strecken kommunizieren und Informationsasymmetrien ausgleichen. Das ist ein Gesichtspunkt, der spricht dafür, dass es schneller gehen könnte als nach 1945 in Mitteleuropa. Aber was deutlich dagegen spricht, ist natürlich die extreme Überdifferenziertheit und Ausdifferenziertheit unserer Volkswirtschaft. Hätte sich vor 100 Jahren irgendein noch so kluger Ökonom denken können, dass im Jahre 2022 Leute mal sehr viel Geld verdienen, indem sie als Influencer arbeiten. Nach 1945 wussten alle, ich bin entweder Bäcker oder Metzger oder Klempner oder Schreiner und kann was Praktisches tun, um Mängel wieder auszugleichen oder Maurer oder Dachdecker. Aber was mache ich mit all diesen Leuten? Was mache ich mit denen, die was mit Medien studiert haben? Mit diesen ganzen Veranstaltungs-Bachelern? Das ist nicht einfach. Es spricht alles dafür, dass diese übergroße Anstrengung, diese Anmaßung, die ganze Welt zu transformieren und in eine grüne Zukunft der Gerechtigkeit zu verwandeln, in sich selbst und an sich selbst scheitern wird. Man muss nur daneben stehen und zuschauen. Und wenn man was ganz perfides machen möchte, um diesen Prozess zu beschleunigen, den Zerstörungsprozess, dann ist wahrscheinlich das Beste, weil man daran kräftig mitwirkt. Also bauen Sie Ihre Firmen alle so schnell wie möglich grün um. Ich produziere als Anwalt meine Schriftsätze alle schon mit weniger CO2, indem ich weniger beim Diktieren ausatme. Man kann große Dinge tun. BlackRock, der größte Investor dieser Welt, scheitert in diesem Augenblick, wo wir hier zusammen sitzen, an sich selbst. Aus folgendem Grund. Davon bin ich sehr überzeugt. Larry Fink hat gesagt, wir investieren künftig nur noch in grüne Energie und in alles, was irgendwie ökologisch ist. Und damit sendet er ein robustes Signal an alle anderen Investoren, denen damit gesagt wird, wenn ihr noch in diesen alten Technologien bleibt, dann werdet ihr vernichtet werden. Aber, meine Damen und Herren, wenn es die Kategorie einer guten und einer Fehlinvestition gibt, dann macht der Unterschied der Größe keine andere Kategorisierung. Auch eine gigantische Fehlinvestition bleibt eine Fehlinvestition. Und wir werden das sehen, was wir immer gesehen haben. Alle, die Larry Fink mit großen Ohren zugehört haben und die BlackRock für wichtig halten werden, sehen, das wird sehr schnell gehen, dass BlackRock überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es werden all diese Internetgiganten vor unseren Augen zusammenbrechen, wie alle immer zusammenbrechen, wenn sie zu groß sind. Überhaupt keine Frage. Und ich glaube, es lassen sich auch die Bedürfnisse der Menschen in solchen investiven Koalitionen überhaupt nicht ersetzen, auch nicht durch künstliche Intelligenz. Ich frage mich immer, wer soll eigentlich diese künstliche Intelligenz steuern? Wer programmiert sowas? Im besten Falle Herr Habeck und Frau Baerbock. Aber ich weiß nicht, warum Sie lachen. Aber wenn es richtig ist, was Karl Menger uns beigebracht hat, dass es eine individuelle Wertlehre gibt, dass der Mensch hier, Benjamin Mutlach hat es ja gerade vorgetragen, dass jeder Mensch anzieht, was er an Bedürfnissen hat, eine Produktion dadurch auslöst, weil er einen bestimmten Bedarf formuliert, der sich nicht ersetzen lässt durch Computer oder durch Zentralplanung. Und wenn man anerkennt, dass wir Menschen nicht nur rational sind, sondern eben auch emotional sind, dann lassen sich gute Investitionen nicht ernsthaft planen. Und weil sich das nicht planen lässt, laufen natürlich auch diese Gesamtplanungen alle vor die Wand. Es wird anders kommen, als Sie es sich denken. Und der Great Reset hat das nicht bedacht. Ich glaube sogar, robuste These vielleicht, aber vielleicht haben wir nachher Gelegenheit, darüber zu diskutieren. Ich glaube, dass Klaus Schwab und seine Mannen ihren Josef Schumpeter falsch gelesen haben. Josef Schumpeter hat von der kreativen Zerstörung gesprochen. Und im World Economic Forum glaubt man, dass wenn man etwas Bestehendes, Funktionierendes zerstört, dass dann etwas Neues entsteht. Aber das ist nicht der Gedanke von Schumpeter. Man kann Schumpeter auch den Vorwurf machen, dass sein Begriff von der kreativen Zerstörung falsch ist. Richtigerweise hätte er diesen Gedanken mit einem anderen Wort benennen müssen. Er hätte sagen müssen, das ist zerstörende Kreation. Denn es kommt nicht darauf an, etwas kaputt zu machen, sondern der Kreateur macht ja etwas neu und als Nebenfolge seiner Innovation bricht etwas anderes weg. Ich erfinde ein Auto und die Kutschen gibt es nicht mehr. Aber zu sagen, ich zerstöre alle Kutschen und hoffe dann, dass Autos entstehen, ist schlicht Unsinn. Ich schaue sorgenvoll auf die Uhr, ich muss jetzt zu meinem Grundgesetz kommen. Ich habe im letzten Frühsommer, im Juni 2021, also ziemlich genau vor zwölf Monaten, dieses Buch hier publiziert, ich darf es mal hochhalten, im Grundgesetz 2030. Und da sind auch schon die Erhaltungssanierungsgedanken sozusagen in den Titel aufgenommen. Und das Buch ist entstanden aus einer Überlegung heraus, viele Jahre vorher auch schon immer wieder gesagt, es hilft nichts, Kritik anzumelden oder einzelne Punkte besser darzustellen oder viel zu reden. Es geht immer nur über einen praktischen Ansatz. Sie kennen das alle, wenn Sie mit einer niedergeschriebenen Vorlage in eine Besprechung gehen, als Einziger, dann haben Sie in dieser Besprechung die ganze Besprechung dominiert, weil alle auf ihr Manuskript gucken und die anderen das Manuskript nicht hatten. Das hat mir Anlass gegeben, es einfach mal aufzuschreiben, was ich persönlich für sinnvoll halte, auf dem Boden der Austrian Economics stehen, als sozusagen Laienökonom, aber als Jurist und als Anwalt auch tief, tief, tief auf dem Boden des Grundgesetzes stehend und in einer gewissen Begeisterung für eine Rechtsordnung als einer Friedensordnung für eine Gemeinschaft und in der völlig sicheren Überzeugung, dass dort, wo der Rechtsstaat demontiert wird, nichts besser wird, sondern Emotionen hochkocken und Gewalt ausbricht. Wir müssen das Recht verteidigen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei alledem. Und deswegen habe ich... Wenn Sie mir die Freude machen, das gelegentlich nachzulesen, werden Sie also sehen, ich habe verschiedene Formulierungen der Grundrechte präzisiert. Ich habe unter anderem einen basisdemokratischen Rundfunk erfunden. Jeder Landesrundfunkanstalt gehört dann anschließend denjenigen, die die Beiträge bezahlen und dort wird basisdemokratisch darüber abgestimmt, wer der Intendant ist, wer der Moderator ist, was gesendet wird und wer sich eine spannende neue Tätigkeit suchen darf. Ich habe diverse, vorsichtige Adjustierungen der Staatsorganisationen beschrieben, wie beispielsweise eine Amtszeitbegrenzung für den Kanzler, die für mich völlig alternativlos ist. Man kann nicht länger als acht Jahre Kanzler sein. Ich bin auch sehr überzeugt, dass die Direktwahl des Bundespräsidenten in der Regelung des Grundgesetzes einen gedeihlichen Effekt haben kann, den an die Bevölkerung anzubinden. Ich plädiere für eine teilweise Wahl von Verfassungsrichtern durch das Volk, für detaillierte kommunale Sezessionsrechte zur Qualitätsverbesserung der Landesverwaltung. Frankfurt würde abstimmen können, darüber, ob es weiter Teil, was ist hier, wie heißt dieses Bundesland Niedersachsen, ich kenne mich nicht so aus, und könnte also sagen, wir wollen ein Teil von Bayern werden. Das klingt auf ersten Anhieb merkwürdig, aber auf diese Weise bekommt man organisatorisch Diskussionen zustande. Sie gehen mir zu sehr ins Detail. Für diejenigen, die das bei YouTube hören, es kam gerade der Zwischenruf aus dem Publikum, ob die Bayern ein Mitspracherecht haben. Ich glaube, das hängt dann auch stark davon ab, ob Bayern tatsächlich das erste Bundesland ist, bei dem der Strom ausfällt oder nicht. Und insbesondere bin ich ein großer Freund von der Idee, den einzelnen Bundesländern die verfassungsrechtliche Befugnis einzuräumen, eigene Landeswährungen zu emittieren. Das entspricht nicht nur dem, was der große Friedrich August von Hayek vorgeschlagen hat, als ersten Anhaltspunkt, auch um mal Währungswettbewerb zu ermöglichen. Benjamin Mutlack wird mir da sicherlich nicht widersprechen. Aber vor allem gebe ich eines zu bedenken, rufen Sie alle Mitglieder in Ihren Familien an und diskutieren Sie das, selbst wenn Ihre Kinder gerade an irgendeiner Straße festkleben sollten. Es ist... Eine dezentrale Währung ist die beste ökologische Voraussetzung dafür, dass sie einen erzeugernahen Verbrauch haben. Denn eine globale Währung liefert einen Anreiz, innerhalb eines und desselben Maßstabs ohne Währungsrisiken bestimmte Leistungen um den ganzen Erdball abzufragen. Das kann ökologisch nicht befürwortet werden, sondern ökologisch sinnvoll ist es, das sehr, sehr genau mit Währungsschwankungen lokaler Währungen abzugleichen. Ein anderer Vortrag vielleicht an anderer Stelle dazu. Die ganz zentrale Reparatur in meinem neuen Grundgesetz ist allerdings dieser Artikel 38. Und jetzt komme ich zu dem, was an der Tafel steht. Und wenn Sie mögen, werfen Sie da kurz einen Blick drauf, dann gehen wir einmal durch diese Bleiwüste und dann wird es Sie hoffentlich begeistern. Der Anfang ist so, wie Sie das alle im Sozialkundeunterricht gelernt haben. Das steht da seit 1949 in unserem Grundgesetz. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Punkt. Keine Änderung. Alles wie immer. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Und Sie haben, und jetzt wird es anders, bei Ihrer Parlamentsarbeit, die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Mandatsträgers anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor. Also eine Pflichtverletzung liegt nur dann nicht vor, wenn der Abgeordnete bei einer politischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle des Volkes zu handeln. Abgeordnete, die ihre Pflichten verletzen, sind den Geschädigten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet, ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Mandatsträgers angewandt haben, so trifft sie die Beweislast. Schließt der Abgeordnete eine Versicherung zur Absicherung gegen Risiken aus seiner beruflichen Tätigkeit ab, so ist ein Selbstbehalt von mindestens 10 Prozent des Schadens bis mindestens zur Höhe des eineinhalbfachen seiner festen jährlichen Abgeordnetendiäten vorzusehen. Für die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Bundestag gilt jeder Abgeordnete als Amtsträger im staatshaftungsrechtlichen Sinne. Die Formulierung dieser Haftungsnorm ist meines Erachtens genial. Und ich darf das sagen, weil sie nicht von mir stammt, sondern sie stammt von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Ich habe nur eine leichte Sphärenverschiebung vorgenommen. Es ist § 93 des Aktiengesetzes, der die Verantwortung von Vorständen von Aktiengesellschaften regelt. Und meine Überlegung ist für eine politische Debatte, dass man jedem Bundestagsabgeordneten sagen kann, Herr Abgeordneter, Frau Abgeordnete, Abgeordnete Dix. Wenn Sie für angemessen erachtet haben, dass die Vorstände von Aktiengesellschaften nach diesem Regularien für Fehlverhalten persönlich einstehen müssen, dann kann es nicht falsch sein, dass auch Abgeordnete nach denselben Regularien dafür einstehen. Jeder Abgeordnete, der das ablehnt, würde dazu selber den Anlass geben, das Aktiengesetz wieder zu ändern und die Haftung von Vorständen zu relaxieren. Es kommt gerade der Einwand aus dem Publikum, kein Abgeordneter habe so viel Einfluss auf die Steuerung der Bundesrepublik Deutschland wie ein Unternehmer auf sein Unternehmen. Ich habe das als Einwand verstanden. In Wahrheit ist es kein Einwand, sondern in Wahrheit beträftigt es meine These. Denn wenn ein Abgeordneter nicht steuernd eingreift auf die Geschicke unseres Landes mit dem, was er dann tut, dann stellt sich die Frage, erstens, was tut er da und zweitens, wofür brauchen wir ihn? Ich möchte Abgeordnete in meinem Bundestag, die Vertreter des Volkes sind, die auch so verantwortlich sind, wie ein Vertreter im ganz normalen Leben Vertreter eines anderen ist und dafür verantwortlich ist. Wenn ich Benjamin Muttlack bitte, für mich eine Packung Zigaretten zu holen, Malbrot, 20 Stück, und er kommt zurück und liefert mir 80 Lakritzstangen, dann haben wir ein Thema. Und das ist jedem klar, was ich daraus höre, dass Sie lachen. Warum ist das bei der Politik anders? Warum habe ich immer Grün gewählt, damit keine Waffen in Konfliktregionen geschickt werden? Um nach der Wahl... Das ist eine Frage der Vertreterhaftung, des Einstehens für das, was man versprochen hat, zu tun. Man kann von hier vom Hundertsten ins Tausende kommen. Eine Haftung anderen gegenüber für verantwortliches eigenes Tun ist ein allgemeines Prinzip unserer mitteleuropäischen Rechtsordnung, mit dem sich schon die römischen Juristen sehr, sehr elaboriert beschäftigt haben. Üblicherweise haben wir in den letzten Jahrzehnten immer geprüft, ob zivilrechtliche Vorschriften auch verfassungsrechtlich einwandfrei sind. Das wissen Sie, wenn Sie Unternehmer sind, dass man beispielsweise den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz aus dem staatlichen Verwaltungsrecht herübergenommen hat und gesagt hat, Sie müssen auch alle Ihre Mitarbeiter gleich behandeln. Sie dürfen niemanden Liebe haben als irgendjemand anderen. Ich glaube aber, es ist Zeit, dieses Prüfungsverhältnis auch einmal umzukehren und die Frage zu stellen, sind unsere Verfassungsnormen gemessen an allgemeinen Rechtsprinzipien vertretbares, gutes Recht, wie wir das wollen, wie wir es akzeptieren wollen. Und wenn man das in Betracht zieht, kommt man von einem folgenden Punkt. In dieser gesamten zwölfteiligen Empirie, die ich Ihnen vorhin beschrieben habe, von den Massenmorden und Hungersnöten und dem Ausbruch der gesellschaftlichen und staatlichen Wahnsinnsdaten, alle dortigen Akteure ausnahmslos waren sich sicher, dass sie niemals auf Schadensersatz verklagt werden könnten für das, was sie versprochen haben, zu tun. Weil sie immer imprägniert waren durch diesen geradezu mittelalterlich gottgleichen Schutz um sich herum, durch diese Chittin-Schicht, die alle Haftung von ihnen persönlich ferngehalten hat. Artikel 38 sagt, der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verantwortlich. Das heißt, wenn man es übersetzt, er ist jedenfalls dem Wähler nicht verantwortlich. Das kann in einer Demokratie, die eine Republik sein will, auf Dauer nicht gut gehen. Es kann in keinem Staatswesen gut gehen. Deswegen, finde ich, muss das Rechtsprinzip, das wir dort kennen, auch auf Politik angewendet werden. Es ist mein Plädoyer, das Recht auch auf die Politik anzuwenden und nicht immer nur vom Primat der Politik über das Recht zu sprechen. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dann kann man auch Folgendes betrachten. Ich habe es sehr, sehr wenig mit Bildern heute unterlegt. Politiker haften für das, was sie tun. Und Politiker haften für das, was sie getan haben, wenn sie scheitern. Und sie haften in einer sehr archaischen Weise oftmals. Ich hätte hier Bilder an die Tafel werfen können von Mussolini, wie er zum Schluss tot an einer Tankstelle hängt. Ich hätte Ihnen Bilder zeigen können von Muammar Gaddafi oder von Gott weiß wem oder von den Eheleuten Ceausescu. Das ist die Verantwortung, zu der Politiker gezogen werden, wenn sie Fehler gemacht haben. Aber als Juristen kann es mir nicht gefallen, dass das so archaisch läuft. Ich möchte, dass das zivilisiert wird. Ich möchte, dass diese Politik in unsere Rechtsordnung eingegliedert wird, um im Rahmen einer zivilisierten Rechtsordnung abgewickelt zu werden. Wichtig ist, ich kenne die Einwände, wie sie gerade auch vorgetragen wurden, klar muss uns allen sein. Einer der Lieblingseinwände von einem Anwaltskollegen, mit dem ich das vor langer Zeit besprochen habe, war, dass er sagte, das kannst du nicht einführen, denn wer wäre denn dann noch bereit, Entscheidungen über Milliarden zu fällen? Und ich habe gesagt, niemand. Und das ist genau das, was ich will. Politik muss Menschenmaß haben, um verantwortlich zu sein. Akteure schulden dabei kein Ergebnis, aber sie schulden Verfahrenspräzision, so wie das da an die Tafel geschrieben ist, in der Formulierung, dass sie sich auf Grundlage angemessener Informationen zu einer Entscheidung durchringen müssen. Sie alle kennen diese Bilder, ich glaube, von Panorama, vom NDR, wo jemand, ein Bundestagsabgeordneter, aus dem Plenum kommt und das Mikrofon unter die Nase gehalten bekommt und er wird gefragt, worüber haben sie gerade abgestimmt? Syrienhilfe, wem haben sie geholfen? Der Al-Nusra-Front oder dagegen oder für und Millionen oder Milliarden? Und er wusste es nicht. Das darf nicht sein. So führen Sie Ihre Unternehmen nicht, so führen wir unsere Haushalte nicht, so gehen wir zu Hause nicht an unsere Entscheidungsfindung ran. Es muss besser gehen. Bitte? Arbeitsteilung im Parlament habe ich gehört, aber Arbeitsteilung ist, glaube ich, auch kein Argument für Verantwortungslosigkeit, weil Arbeitsteilung auch in üblichen sonstigen rechtlichen Kontexten immer damit verbunden ist, dass man seine Arbeit vernünftig koordiniert. Und das kenne ich als Medizinrechtler, dass man insbesondere an den Schnittstellen und Übergabestellen für friktionslose Verantwortlichkeit sorgt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, um es konkret zu machen. Zur Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Mandatsträgers hätte es im Deutschen Bundestag gehört, das im Juni 2020 erschienene Buch »Covid-19, der große Umbruch« von Klaus Schwab zu lesen. Das ist ein Buch, das ziemlich genau jetzt vor zwei Jahren erschienen ist. Der Hauptautor Klaus Schwab war auch an der Finanzierung des Events 201 am 18. Oktober 2019 beteiligt. Wie Sie vielleicht wissen, im Oktober 2019 ist beschrieben worden, was passieren würde, falls mal der Fall einer Corona-Epidemie über die Welt ausbreche. Eine jede parlamentarische Entscheidung über Parlamiemaßnahmen auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle des Volkes hätte spätestens im Juli 2020 den Abgeordneten zu der Frage geführt, jeden einzelnen Abgeordneten zu der Frage geführt. Warum war Klaus Schwab im Juni 2020, also nur gut zwölf Wochen nach Ausrufung der Pandemie durch die WHO in der Lage, wörtlich folgenden Satz zu schreiben? Ich zitiere aus der deutschen Ausgabe. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die Folgen von Covid-19 in Bezug auf Gesundheit und Mortalität im Vergleich zu früheren Pandemien relativ gering sein. Ende Juni 2020 hat das Coronavirus bisher den Tod von weniger als 0,006% der Weltbevölkerung gefordert. An der spanischen Grippe starben 2,7% der Weltbevölkerung. Lesen Sie es nach, Seite 296 in der Originalausgabe. Ich denke, es gehört zu den zumutbaren Verpflichtungen eines gewissenhaften Abgeordneten, die wichtigste Zeitung der Welt zu lesen. Die New York Times berichtete am 29. August 2020 unter der Überschrift Your Coronavirus Test is positive. Maybe it shouldn't. Dein Corona-Test ist positiv. Vielleicht sollte er das nicht sein. Über exzessive Fehltestungen per PCR-Test. 90% aller PCR-Tests waren zu diesem Zeitpunkt falsch positiv. Spätestens nachdem der Wissenschaftspublizist Dr. Simon Goddek im Januar 2021 auf die völlig unangemessen hohen Replikationszyklen des Kormand-Rosten-Tests 45 Replikationszyklen 45 CT hingewiesen und sie als Wissenschaftsbetrug angeprangert hatte, wäre ein sorgsamer Abgeordneter in der Lage gewesen, die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen als überzogen zu erkennen oder zumindest sie robuster infrage zu stellen. Zum Vergleich 45 Replikationszyklen nach § 8 Absatz 4 der aktuellen nordrhein-westfälischen Verordnung zur Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 und zur Absonderungsregelung nach Infektionsschutzgesetz gesetzt vom 4. Mai 2022 gilt, sofern die Testung mittels PCR-Tests erfolgt, ist eine Beendigung der Isolierung bei einem positiven Testresultat mit einem CT-Wert über 30 zulässig. Also sie werden positiv CT 30 positiv getestet und sie können aus der Isolierung herausgehen, bei 30. Die exponentielle Kurve ist erheblich. Ich habe es mal hochgerechnet, das ist, glaube ich, ein 35.000. Faktor 35.000. Ordentliche und gewissenhafte Abgeordnete, denke ich, hätten schon bei der Erstaufrufung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite kritisch mit der Frage umgehen können, warum der Generalarzt Dr. Med. Hans-Ulrich Holtherm am 1. März 2020 Leiter der neuen Abteilung 6 im Bundesgesundheitsministerium geworden ist, um die Pandemie im Inland federführend zu koordinieren, obwohl die Pandemie doch erst am 11. März zehn Tage später von der WHO ausgerufen worden ist. Ein Abgeordneter, der gewissenhaft auf angemessener Informationsgrundlage entscheidet, muss sich mit so etwas auseinandersetzen. Und wenn er dann so entscheidet, wie er entschieden hat, dann muss er dokumentieren, warum er sich so entschieden hat. Ein sorgfältiger Abgeordneter hätte die Implausibilität in der Pandemie erkennen können und müssen. Eine gesetzliche Haftungsnorm hätte ihn davon abgehalten, Pandemie-Maßnahmen der gesehenen Art zu beschließen. Es wären nicht nur wirtschaftliche Milliardenschäden verhindert worden, sondern auch unermessliches, immaterielles, menschliches Leid. Will man verhindern, dass es zu einer Fortsetzung der schier endlosen Reihe politischer Anmaßungen fehlgehender Sozialexperimente und menschlichen Leid kommt, dann ist Zeit für die Einführung einer verantwortlichen politischen Führung auf dem Globus. Eine Steuerung durch verantwortungslose Steuermänner ist nicht länger zu akzeptieren. Verfassungsbürger haben ein Recht auf Recht. Es gibt in Monaco einen Herrn, der heißt Alvaro de Orléans-Borbon und der hat mir schon mehr als einmal eine Frage gestellt, die mich seither absolut fasziniert. Diese Frage lautet ungefähr wie folgt. Jedes Mal, wenn auf der Erde, auf unserem Globus, ein Flugzeug abstürzt, kommt anschließend ein internationales Expertengremium zusammen und prüft mit grenzenlosem Aufwand, was war die Ursache dieses Flugzeugabsturzes, um auszuschließen, dass jemals in der Zukunft ein Flugzeug noch aus derselben Ursache vom Himmel fällt. Und erst, wenn diese Frage beantwortet ist, warum ist dieses Flugzeug vom Himmel gefallen, erst dann löst sich dieses Gremium wieder auf und stellt sicher, dass in Zukunft so etwas nie wieder passiert. Und er fragt, warum wird das eigentlich in der Politik nicht gemacht, wenn Staaten versagt haben? Warum kommen dann keine Expertengremien zusammen, isolieren und analysieren, was passiert ist und sorgen dafür, dass es nie wieder passiert? Meine Schlussbemerkungen mit Blick auf die Uhr. Es gehört zum gesicherten Kenntnisstand der Unternehmensführung heute wissen Sie, wenn Sie ein Unternehmen führen, dass 80% aller Change Management Prozesse scheitern. 80% aller Change Management Prozesse scheitern. Und in der Beratungsindustrie ist man sich einig, Gründe für das Scheitern sind in aller Regel die unklare Kommunikation, Kontaktverluste zu den geführten, nicht ernst genommene Mitarbeiter, falscher Expertenrat, Machtkämpfe unter den Beteiligten sowie Umsetzungsunsicherheiten. Das ist das, was man da immer so in der entsprechenden Literatur findet. Und dann habe ich im Change Management Kompass 2020 der Beratungsgesellschaft Porsche Consulting gefunden. Starke Führung sei ein wichtiger Faktor für erfolgreiche Transformation und es müsse gelten, die strategische Transformation des gesamten Unternehmens wird nicht auf Jahre geplant, sondern muss in Quartalen gelingen. Weil wir uns in der großen Transformation befinden. Die Eile der Unternehmensberater erinnert mich an das Element des großen Sprungs nach vorne von 1958 fortfolgende. Da hat Mao Zedong das Prinzip der drei Gleichzeitigkeiten ausgerufen. Gleichzeitig untersuchen, planen und ausführen. Unter anderem bei geologischen Vorhaben. Kritiker haben gesagt, zu diesen drei Gleichzeitigkeiten ist dann bald auch eine vierte Gleichzeitigkeit gekommen, die Revision. Der ehemalige Leiter von General Motors Corporation, Henry Grady Weaver, hat über James Oglethorpe, den sie aus Georgia kennengelernt haben, gesagt, er verstand nicht, dass eine militärische Befehlsstruktur genau gegen einen kreativen Prozess bei den Beteiligten verläuft. Menschliche Initiative ist das Gegenteil von Befehlsgehorsam. Ich finde, diesen Satz kann man sich nicht genügend auf der Zunge zergehen lassen. Entweder Markt oder Befehl. Entweder einer tut, was man ihm sagt, oder er denkt selber nach und ist kreativ. Auf dem Weg zur Implementierung von Politikerhaftung stehen uns große Herausforderungen bevor. Der US-amerikanische Ökonom Brian Westbury berichtet davon, wie er anlässlich eines Angelausfluges in Chile beinahe zum Opfer der Naturgewalten geworden wäre, nachdem die Todesgefahr abgewendet war. Er beschreibt das sehr, sehr schön, wie er mit einem Boot auf einem See fährt, der nur vier Grad kalt ist und der trägt gar keine Schwimmweste mehr in der Einsamkeit Chiles, weil er sagt, ist auch egal. Und dann sitzt er vorne auf dem Boot und will nach hinten, um auf diesem Boot dafür zu sorgen, dass der Motor wieder ins Wasser kommt, weil sie immer nur an einem Punkt stehen zwischen dem Sturm und dem Berg und dem Wasser und den Naturgewalten, aber er darf nicht nach hinten gehen, weil ihm sein Scout zuruft, bleib vorne sitzen, denn wenn du nach hinten kommst, schlägt das Boot gleich um. Und so festgefahren haben sie dann wohl eine beeindruckend lange Zeit dem Tod entgegengesehen. Und irgendwann hat ihn seinen Freizeitveranstalter gefragt, ob er den Unterschied zwischen einer Qual und einer Herausforderung kennt. Was ist der Unterschied zwischen einer Herausforderung und einer Qual? Es ist die innere Haltung. Es ist die innere Haltung, mit der ich etwas angehe, mit der ich etwas ausfülle. Und wenn wir jetzt demnächst hier diese ganzen Schwierigkeiten haben, dann müssen wir die innere Haltung haben. Erstens, das stehen wir durch. Und zweitens, danach machen wir es besser. Ich verabschiede mich mit zwei Sätzen, einem nochmal von einem Literaturwissenschaftler, Wilhelm Deresiewicz, der hat den Satz formuliert, wenn es nicht unkomfortabel ist, dann ist es keine Unabhängigkeit. Und nochmal, Henry Grady Weaver, menschliche Freiheit ist eine persönliche Angelegenheit. Nur der Einzelne kann seine Menschenrechte in der unendlichen Komplexität menschlicher Beziehungen untereinander schützen. Nichts auf der Erde ist wertvoller als ein Mensch, der weiß, dass alle Menschen frei sind und der akzeptiert, dass Verantwortlichkeit zur Freiheit dazugehört. Vielen Dank fürs Zuhören.